Und wir sind zurück bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind im ersten Tempel und diesen haben wir jetzt soweit auch erstmal erforscht. Geplündert möchte ich nicht dazu sagen, aber erforscht. Die Geschichte um Jakandar, die Geschichte um das mächtige Schwert, und was irgendwie auch wieder Parallelen zum Herrn der Ringe am Herleiten ist, das Schwert, das seinen Besitzer übermannt. Der Besitzer möchte die Macht des Schwertes nutzen, aber die Macht stärker als der Nutzer. Und so übermannt der Schwert, beziehungsweise beim Herrn der Ringe, der Ring, den Träger, und wendet letztlich die Macht des Trägers zum Bösen. Und das Ganze erinnert wirklich hier an das gleiche Schema. So, was kommt hier auf uns zu? Das ist so eine, das ist ein Gebiet hier. Dieser, dieser Canyon, das ist der letzte Teil des Canyons. Ich kann es gleich mal auf der Map zeigen. Da muss ich jetzt mal gleich schauen. Genau, wir sind hier ziemlich beim letzten Stück des Canyons, und hier müsste irgendwo ein Durchgang sein. Ach, what the fuck, ein Bluthund, oder was ist das? What the fuck? Hinter uns ist auch einer. Nein, und ich bin auf der Anhöhe. Oh mein Gott, das hätte ich fast versaut, ne? Und zwar nur, 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 weil dieser Mistkerl diese Erhöhung ausgenutzt hat. Das war der einzige Grund. Das wäre noch mal fast ins Auge gegangen. What the fuck, ey. Meine Fresse. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkommen. Ich habe doch vorher das Tal doch mal überblickt, und da war nix. Da war nix, nichts. Nyada. Nyet. Und jetzt fallen die mir hier plötzlich in den Rücken. Mega creepy. Ich habe dich aber diesmal gesehen, mein Freund, ja? Das war dann jetzt doch mal kein Überraschungsangriff, auch wenn der auch ziemlich plötzlich wieder da war. So, drei waren hier. Ich habe das Gefühl, hier ist noch irgendwo ein vierter. Trank, Lederbeutel. Was das da ist? Ich habe keine Ahnung. Wieder so ein Schacht, ein Minenschacht. Wahrscheinlich sind da drin Minecrawler. Im besten Fall. Haben wir irgendwie eine Lichtspruchrolle? Großer Feuersturm. Wir haben leider keine Lichtspruchrolle. Das ist richtig bescheiden. Oh, das kann ich sogar schon benutzen. What the fuck? Wieso auch immer. Wieso geht das? Paladinsauber. Wahrscheinlich, weil ich ihn einfach bekommen habe. Geschenkt. Hatte ich ja gefunden. Ich glaube, einer der Paladiner am Pass hatte das. Bei sich. Ja gut, dann nehme ich das mal dankend an. Ein Rapier. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Natürlich nicht. Was ist denn das, ein Rapier? Das ist eine stärkere Waffe, glaube ich. Oh ja. Geschicklichkeit 50. Macht 100 Schaden. What the fuck? Was für eine OP-Waffe. Ja, das ist so lächerlich. Das ist von den Stats-Verhältnissen so unfassbar unverhältnismäßig. Alter Schwede. Warum? Zur Hölle. Sind hier Fackeln? Das ist leider ziemlich creepy. Das bedeutet, hier müsste eigentlich was Lebendes sein. Und damit meine ich was Lebendes-Menschliches. Was sind denn da bei Minecrawler? Ach, come on. Jetzt bitte verarschen. Ich wusste gar nicht, dass Minecrawler Feuer machen. Das ist ja wirklich merkwürdig. Oder hier waren Menschen und wurden von den Minecrawlern überwältigt. Das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichste Variante. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Lederbeutel, Steintafel, Pech. Das war's. Kann natürlich alles Mögliche sein in dem Lederbeutel, aber wahrscheinlich ist einfach wieder ein bestimmter Goldbetrag. Dunkelpilz. Na, da bin ich ja mal gespannt. Was war das denn jetzt für eine Rune? Was war das für eine Rune? Angst hätte es sein können. Mittlere Runden heilen wäre auch möglich. Ich denke, es war Angst. Kann ich leider nicht benutzen. Ich kann nur die Paladin-Zauber benutzen. Weil man dafür keine Ränge der Magie braucht. Da stellt sich dann halt später auch die Frage, was es da alles für Zauber gibt. Weil da gibt es wahrscheinlich auch verschieden mächtige Zauber. Aber ich bin erstmal ganz zufrieden mit diesem Licht. Mit dieser, mit dieser Möglichkeit, diesen Lichtzauber zu wirken. Das finde ich auf jeden Fall schon mal wirklich nicht schlecht. So, ich denke übrigens, dass wir dort oben drüber müssen. Und dass das dann hier dieser Weg ist zu den Banditen. Oder beziehungsweise nicht unbedingt zu den Banditen, aber auf jeden Fall schon mal in den Sumpf. und sind übrigens auch schon wieder bald Level-up. Und diesen Weg werde ich jetzt auf jeden Fall auch bestreiten. Und wir können uns dann auch noch mal auf dem Weg überlegen, wo wir dann letztlich auch die letzten Lernpunkte reinkloppen werden. Beziehungsweise, wo wir die rein investieren wollen. Ich wäre ja eigentlich dafür, das Ganze in die fremde Sprache zu investieren. Andererseits möchte ich auch sehr, sehr gerne irgendwann endlich mal Meister werden. Im Einhand-Talent- Bonus, im Einhand-Schwertkampf Meister werden. Oh, hier, schau mal einer an. Noch ein verstecktes Kreuz und ein Trank. Und das sieht nach einem Mana-Trank aus, nach einem kleinen. Ja, was ist denn dem Kreuz oder unter dem Kreuz vielmehr? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das ist ein Erzbrocken und eine Spruchrolle. Und noch eine Spruchrolle. So, was waren denn das für Spruchrollen? Großer Feuersturm. Das ist auch eine lächerliche Ability, ne? Unwetter macht 250 Schaden. Der große Feuersturm 300. Ich denke, der große Feuersturm ist der Single-Target ähm der Single-Target oh, da ist ein Wuthund. Der Single-Target Flammenregen. Mistviech. Ich bin mal gespannt, was das jetzt hier für ein Höhlensystem wird. Junge, Junge, gibt es hier viele Spruchrollen. Und da war ein Drachenbogen. Ich habe keine Ahnung, wie gut der ist, aber ich glaube, der ist ziemlich gut. Das könnte sogar der beste Bogen im Spiel sein. Ne, ist aber nicht Drachenbogen. Ich glaube, da gibt es noch Besseres. Aber der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber bei den armen Brüsten gibt es halt noch sehr viel, sehr viel bessere Alternativen. Obwohl ich natürlich schon ganz gut dabei bin mit der Kriegsambrust, ja. So, jetzt ist die Frage. Wird dieser Durchgang bewacht? auf jeden Fall da hinten schon, aber das ist nur so eine kleine Sumpfratte. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Steintafel. Oh, noch eine Steintafel. Ein silberner Ring. Also so langsam finden wir auch wieder richtig viele Steintafeln. Das freut mich natürlich. Und die Wüstenratten nehme ich hier natürlich auch sehr gerne mit. Das sind EP und natürlich auch Fleisch, die ich sehr gut gebrauchen kann. und hier in diesem Höhlensystem scheinen wieder Minecrawler zu Hause zu sein. Nichts zu wollen. Da hinten sehe ich sie schon wieder sich, äh, ja, rumtümmeln. Also, der sichere Weg wäre es jetzt einfach gewesen, zurückzugehen zu den Wassermagiern und dort einfach zu sagen, was man da rausgefunden hat. Aber nein. Ich muss natürlich wieder die nervigere Variante gehen. So, und jetzt ist mal wieder Zeit, um nicht die ganze Zeit die Tränke zu versauen. Leichte Wundenheilung, zack, macht mich komplett voll. Das ist auch nicht ehrlich, ne? Also da freue ich mich drauf, wenn es wirklich so eine Fähigkeit geben sollte für einen Paladin, Wunden zu heilen. Das wäre nice. Denn dann kann ich euch sagen, wäre es die letzte Zeit gewesen, dass ich mir irgendwo was plump machen würde. Wäre die letzte Zeit gewesen, dass ich mir tatsächlich Heiltränke kaufen würde. Halt die Fresse. Weil sie auch einfach mega uneffektiv sind. Komplett ineffizient. Kosten Schweinegeld und ja, bringen mir meine, 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 meine Leben überhaupt nicht wirklich zurück. Natürlich schon irgendwie, aber ich muss halt viel zu viel davon trinken, damit es irgendwie mal voll ist, weil ich einfach mittlerweile über einen gewissen Live-Pool verfüge. Und das ist dann halt irgendwie blöd. Und deswegen wäre es natürlich schöner, wenn ich mich durch Magie heilen könnte. Am besten noch mit Ruden, natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Gold und wie viel Geld, Edelsteine, Waffen, Rüstungsteile, Amulette, Trinkets, Ringe mir schon entgangen sind, weil ich nicht damals die 50 Gold investiert habe. Und die 10 Lernpunkte. Komm her, Mistkerl. Weil ich die Lernpunkte und das Gold damals nicht investiert habe. Das ist mit Sicherheit einiges, das sag ich euch. Komm her. Komm her. Und? Minecrawler können auch echt gar nichts. Seitens, sie sind wieder im Rudel. Und das sind sie ja öfter. Obwohl auch dann hält es sich in Grenzen. Gerade die einfache Minecrawler One-hitte ich ja, wenn ich Knipp habe. Und die Warrior. Na gut, da brauche ich dann halt manchmal ein bisschen mehr für. What the fuck? Das ist ja ein Traumgebiet für Korkalum, ne? So viel Sekret, wie er jetzt hier schon wieder bekommen hätte. Und letztens haben wir ja auch im Minental wieder so ein weiteres Minecrawler-Nest gefunden. Wir hätten also damals nicht mal die Eier der Minecrawler-Königin gebraucht in Gothic 1, sondern hätten wir damals gewusst, dort im Berg, in der, in der, in der, da wo die den Steuern gegraben haben, dort gibt es auch ein Nest. Da hätte ich auch dort die Eier nehmen können. Das wäre einfacher gewesen. Da hätte ich mich jetzt nicht erst in der alten Mine bis ganz nach unten durchbuddeln müssen. Und da diesen riesen Aufwand betreiben. Spruchrolle, Trank, 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 und da oben höre ich es auch schon wieder Zirpen. Ich glaube, das war ein besonderer Trank. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, maximales Mana, habe ich mir gedacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das der war, den wir hier bekommen haben, aber auf jeden Fall haben wir einen neuen Trank. Woher ist ja letztlich auch egal. Und da geht's raus. Gut, dann werde ich jetzt den Part mit einem schönen Cliffhanger beenden. Ich weiß, das tut man nicht, aber die Zeit ist fortgeschritten und irgendwann muss ich ja mal wieder Pause machen. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Part wieder und bis dahin macht's immer gut. Ciao.